Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Köpler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis